Liebe Freunde von Natur und Medizin, liebe Mitglieder, liebe Freunde der Homöopathie, ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserem Online-Vortrag Homöopathie für die Seele mit Herrn Dr. Markus Wiesenauer. Mein Name ist Dorothee Schimpf und ich bin die Geschäftsführerin von Natur und Medizin der Fördergemeinschaft der Karl und Veronika Carstens Stiftung. Für alle, die die Stiftung und den Verein nicht kennen, erlauben Sie mir, dass ich diese Ihnen kurz vorstelle. Die Carstens Stiftung wurde vor genau 40 Jahren gegründet vom ehemaligen Bundespräsidenten Karl Carstens und seiner Frau Veronika Carstens. Sie war Ärztin, Internistin mit den Schwerpunkten Homöopathie und Naturheilverfahren. Sie hatte die Vision, Arzt und Ärztin der Zukunft sollten zwei Sprachen sprechen, die der Schulmedizin und die der Naturheilkunde und Homöopathie. Wir sagen heute dazu die integrative Medizin. Wegen dieser Vision gründeten sie die Stiftung mit dem Auftrag, Naturheilkunde und Homöopathie wissenschaftlich zu erforschen und auf diesen Gebieten auch den Nachwuchs, und zwar den medizinischen Nachwuchs, zu fördern. Diese Gründung stieß in der Bevölkerung auf ein großes Echo und Interesse. Man wollte dies unterstützen. In einer Stiftung kann man jedoch nicht Mitglied werden und deshalb hat man die Fördergemeinschaft Natur und Medizin gegründet. Bei uns eingehende Mitgliedsbeiträge und Spenden werden zu einem großen Teil an die Stiftung weitergeleitet. So wurden inzwischen 36 Millionen Euro für Forschung auf den Gebieten Naturheilkunde und Homöopathie und für die Nachwuchsförderung auf diesen Gebieten ausgegeben. Zur Nachwuchsförderung gehört unter anderem die Stipendien für die Promotion und Habilitationsstipendien. Natur und Medizin hat als weitere Aufgabe, die Bürger und Bürgerinnen über die Vorteile einer integrativen Medizin aufzuklären. Deshalb bekommen unsere Mitglieder unter anderem sechsmal im Jahr eine Mitgliederzeitschrift. Außerdem haben wir einen eigenen Verlag, den KVC Verlag mit über 100 Ratgebern und Büchern. Ich möchte Sie einladen, sich unsere Webseiten von Stiftung, Verein und Verlag anzusehen und sich zu informieren über unsere Angebote. Nach langer Vorrede möchte ich nun aber das Wort übergeben an Dr. Markus Wiesenauer. Er ist seit über 30 Jahren in eigener Praxis tätig als Facharzt für Allgemeinmedizin mit den Zusatzbezeichnungen Homöopathie, Naturheilverfahren und Umweltmedizin. Er gehört dem Vorstand der Karsten Stiftung seit 1996 an. Herr Wiesenauer, Sie haben das Wort. Wir, die Zuhörer und ich, hören uns am Ende des Vortrages wieder. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Ja, vielen Dank, liebe Frau Schimpf, für die Einladung, die Einleitung. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich danke dafür, dass Sie sich die Zeit nehmen, mal sich mit dem Thema Homöopathie und Seele zu beschäftigen. Frau Dr. Schimpf hat schon darauf hingewiesen, es kommt live, live aus meinem Sprechzimmer und das, was ich Ihnen berichte, das stammt natürlich auch aus meiner Praxis, aus meiner ärztlichen, langjährigen, ärztlichen Tätigkeit. Und da möchte ich Ihnen ja sozusagen mit einem kleinen Hinweis einen Anfang geben, nämlich den Anfang, dass wir zurückgehen, mal über 40 Jahre, fast noch länger, als ich nämlich in Ulm Medizin studiert habe. Und ich werde das gar nicht vergessen, dass unser Anatomie-Professor uns Medizinstudenten gesagt hat, ihr werdet alles finden, aber eines werdet ihr nicht finden und das ist die Seele. Das ist anatomisch schon richtig, aber trotzdem Sie und ich spüren die Seele. Und deswegen passt das Thema ja auch so gut zur Homöopathie. Ich finde es immer wieder faszinierend, Homöopathie als eine Behandlungsmöglichkeit bei vielen akuten und chronischen Erkrankungen. Nein, nicht bei allen Erkrankungen, aber immerhin bei ganz vielen Erkrankungen. Und wenn immer wieder die Diskussion kommt wegen der Homöopathie, dann ist es in der total so, dass sehr vergleichbar mit dem Thema der Seele, dann ist es sehr vergleichbar, was macht eigentlich die Homöopathie bei Menschen? Ja, die macht schon was, wenn man sich ernsthaft damit beschäftigt. Und so wie vieles eben in der Homöopathie in der Homöopathie trotz aller Forschungsmaßnahmen und Methoden ungeklärt ist, das wie, das muss man in Frage stellen, wie das genau funktioniert. Ich habe da natürlich meine Ideen dazu, aber dass es funktioniert, das lässt sich Tag aus, eigentlich nicht nur hier in meiner Praxis eindeutig belegen, sondern weltweit belegen. Übrigens, damit wir uns der Richter verstehen, Globuli, diese Streukügelchen sind nur eine Darreichungsform. Die Homöopathie ist mehr als nur Globuli geben. Ja, Sie hören richtig, das gehört damit dazu. Denn Hahnemann, der Begründer der Homöopathie, immerhin ein Wissenschaftler, damals vor 225 Jahren, der als Leipziger Hochschullehrer die Homöopathie, ob Sie sagen begründet hat oder entwickelt hat, das bleibt sich gleich. Der hat nämlich eben nicht nur Arzneimittel gegeben, sondern das war etwas ganz Innovatives. Der Hahnemann hat nämlich gesagt, so als Spruch, als Leitsatz, den ich Ihnen gleich übersetze, der hat nämlich gesagt, ändere dein Leben. Ah, lebensstilverändernde Maßnahmen, das ist das, was wir heute in der Medizin sagen. Sie sehen, wie modern die Homöopathie ist. Und dann sage ich Ihnen noch etwas, als ich heute Morgen hier die Tageszeitung gelesen habe, Sie hören das in meiner Sprache an, ich komme natürlich aus dem wilden Süden, aus der Region Stuttgart. Und als ich hier die Tageszeitung gelesen habe, da ging es in einem Artikel um Long Covid. Das ist nicht unser Thema, sondern es geht in dem Artikel darin, dass gesagt wird, dass eben ein Long Covid, also diese anhaltende Symptomatik nach einer solchen Infektion, dass diese Symptomatik oft bei Menschen oder vor allem auch bei Menschen lang anhaltend ist, die unter Stress zuvor gelitten haben, also stressige Tätigkeit haben oder einen Lebensstil gehabt haben, der eben für Körper, Geist und Seele nicht zuträglich gewesen sind. Ich fand das sehr, sehr spannend. Man könnte an der Stelle noch viel mehr sagen, denn solche Patienten habe ich, die genesen sind und die jetzt unter seelischen Beschwerden leiden, unter körperlichen Beschwerden leiden. Und es ist doch ganz klar, dass diese Patienten zuvor von einem Kardiologen, also von einem Herzspezialisten oder von einem Lungenfacharzt untersucht worden sind, wo sich kein entsprechender Befund ergibt, wo oft dann auch schlicht und ergreifend das Stichwort der mangelnden Leistungsfähigkeit eine Rolle spielt. Und jetzt baue ich mal die Brücke zur Seele. Ich meine, solche Menschen, die haben ja auch etwas mitmachen müssen, vor allen Dingen auch solche Patienten, die im Krankenhaus gewesen sind. Und da gibt es in der Homöopathie ein ganz bewährtes Arzneimittel. Und dieses Arzneimittel heißt Gelsemium. Und dieses Gelsemium, der Jasmin, aus dem dieses Homöopathische Arzneimittel hergestellt wird, wird schon immer eingesetzt bei einer, ich sage jetzt mal, verzögerten Genesung. Das klingt so altväterlich. Genesungswünsche. Sie können das auch übersetzen und sagen, Rekonvaleszenz. Und im Zusammenhang mit Covid gewinnt das eine ganz andere Bedeutung. Diese Genesungsphase, die Rekonvaleszenz. Und das ist auch in diesem Zeitungsartikel zum Ausdruck gekommen, dass man vor allen Dingen Maßnahmen ergreift, um den Menschen in seiner Seele wieder zu stabilisieren. Und dann nehmen Sie mal das Beispiel mit Gelsemium. Und da kann ich nur sagen, Gelsemium D6, nur als Beispiel übrigens D6, das ist die Arzneinstärke. Dieses Gelsemium D6 wird dann zwei- oder dreimal täglich eingenommen. Entweder fünf Globuli, fünf Streukügelchen vor dem Essen im Mund sehen lassen. Oder aber Sie nehmen zwei- oder dreimal täglich eine Tablette lutschen. Das ist nämlich eine weitere Darreichungsform homöopathischer Arzneimittel. Wie lange kommt dann immer sofort die Frage auf Ihrem Sprechzimmer? Ja, das ist eben der Punkt. Und zwar Naturheilverfahren. Neuerdings sagt man ja zunehmend auch integrative Verfahren dazu, weil sie keine Alternativmedizin sind, sondern in die bestehende Medizin integriert werden. Diese Methoden der Naturheilverfahren, davon ist Stand heute auszugehen, dass sie die Selbstheilungskräfte regulieren. Ich habe es eingangs gesagt, wie genau das funktioniert, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Man kann es nur beobachten, erfahren am Patienten. Und so sage ich den Patienten, jetzt nehmen Sie mal so ein Arzneimittel einfach die nächsten Wochen ein. Und dann werden Sie sozusagen selber entscheiden können, wie es Ihnen geht. Und da gibt es halt drei Varianten. Entweder es hilft oder es hilft nicht. Ja, sicher richtig. Es gibt keine 120% Therapieerfolge. Nein, auch nicht mit der Homöopathie. Aber in vielen Fällen wirkt sie eben. Der Patient, der dieses Gelsinium einnimmt für zwei, drei Wochen, danach eine mehrtägige Pause einlegt und eventuell nochmals zwei oder drei Wochen lang das einnimmt, der sagt dann, ich fühle mich besser. Und jetzt haben wir natürlich in der Medizin das Problem, wir wollen alles messen und wegen. Übrigens, weil ich auch Apotheker bin, ist es natürlich in mir verankert, dieses Messen und wegen. Aber man kann eben weder in der Pharmazie noch in der Medizin alles messen und wegen. Der Patient sagt Ihnen dann, es geht mir besser. Und da bin ich den Spruch, ja nicht vergesse, den ich immer sonst gerne am Ende bringe, sage ich den einfach gleich mal zu Beginn, wer heilt, hat recht. Das ist eine ganz einfache Methode. Und es ist doch ganz klar, würde es den Patienten schlechter gehen, dann würde man natürlich auf der anderen Seite Folgendes machen, dass man dann noch mal genau überprüft, ob eine weitere Diagnostik notwendig ist. Ein Beispiel von vielen. Ich will Ihnen mal ein ganz anderes Beispiel nennen. Auch aus meiner Praxis. Denn nur wenn man in der Praxis tätig ist, kann man überhaupt zur Homöopathie sich sachgerecht äußern. Das ist mal eine ganz glasklare Feststellung meinerseits. Und diese Patientin, so plus minus 60-jährig, die hatte immer wieder Unruhe, Angstzustände, lebt allein in einem relativ großen Haus. Und eines Nachts war es bei der Patientin so ausgeprägt, diese Angst, diese Unruhe, dieses Herzjagen, dass sie eben die 112 gewählt hat. Und relativ rasch kam der Notarztwagen, der sie nach kurzer Zeit, der sie untersucht vor Ort und der Notarzt hat sie dann hier in das örtliche Klinikum mitgenommen. Er ist in der Nacht noch mal untersucht worden, durfte dann im Krankenhaus bleiben und ist dann am Frühmorgend noch mal untersucht worden, was alles so dazugehört bei einer Herzuntersuchung. Und so gegen 10 Uhr kam der Chefarzt und hat der Patientin eröffnet und gesagt, Sie sind gesund, Sie dürfen nach Hause gehen. Und auf Ihre Frage, ja und was soll ich denn tun, wenn ich wieder mal so eine Attacke habe, sagt er, ach wissen Sie, das vergeht in aller Regel, wie Sie ja reden mussten oder erlebt haben von selber. Nun ist diese Patientin dann nach Hause gegangen und sie hat Folgendes gemacht, weil sie privat versichert ist, hat sie einen niedergelassenen Kardiologen aufgesucht, sich durch untersuchen lassen. Da ist zum selben Ergebnis gekommen. Ihnen fehlt Herz-Kreislauf-mäßig gar nichts. Die Patientin ist verunzieht. Sie geht zu einem zweiten Kardiologen, niedergelassenen Kardiologen, lässt sich untersuchen, der nicht zum selben Ergebnis kommt. So, und diese Patientin ist auf Empfehlung zu mir in die Praxis gekommen. Sie war im Krankenhaus, sie hatte zwei Untersuchungen bei einem niedergelassenen Kardiologen und berichtet mir, dass sie vor allen Dingen am Abend, aber insbesondere nachts aufwacht und unter Herzjagen mit Angst bleibt. Jetzt gibt es in der Medizin für eine solche Behandlungsmöglichkeit zwei Wege. Der eine Weg wäre der gewesen, einer Empfehlung zu folgen, die einer der beiden Kardiologen ausgesprochen hat, nämlich ein Psychopharmakum anzunehmen. Das wollte die Patientin nicht. Und so ist sie eben bei mir mit der Fragestellung, gibt es denn dazu eine andere Möglichkeit? Und die Patientin, und das finde ich immer ganz spannend, die hat sich bisher nicht mit Homöopathie beschäftigt. Sie wusste ja auch nicht, wer Hahnemann war, das muss sie auch nicht wissen. Sie wusste ja auch nicht, dass Globuli eine Darreichungsform der Homöopathie ist. Und so habe ich hier ein Arztnamen aufgeschrieben, was sich in einer solchen Konstellation sehr, sehr bewährt, nämlich Akonitum. Akonitum der Sturm oder Eisenhut. Sturm oder Eisenhut, Akonitum D12. Ich habe zu ihr gesagt, nehmen Sie abends fünf Küchen. Sollten Sie bei Nacht aufwachen und diesem Angstgefühl sich bei Ihnen entwickeln oder schon bestehen, dann nehmen Sie erneut fünf Küchen. Versuchen Sie mal ganz ruhig zu atmen und gelassen zu bleiben. Meine Damen und Herren, jetzt machen wir mal einen Zeitensprung. Die Zeit, einen Zeitensprung. Das Spannende ist ja immer, wenn man Patienten lange Zeit betreuen kann. Das, was ich Ihnen erzählt habe, dieses Ereignis bei der Patientin, das ist mehr als fünf Jahre her. Ich würde mal so spontan sagen, es geht irgendwas in Richtung sieben oder acht Jahre her. Und wenn man dann rückblickend den Verlauf sieht, dann kann man sich ein Urteil fällen. Und dieses Urteil lautet, ja, der Patientin hat das Akonitum geholfen, den unter der Einnahme von dem Akonitum, was sie nach einer gewissen Zeit dann abgesetzt hat, haben sich diese nächtlichen Angstattacken, die verbunden waren mit diesem Herzrasen, mit dem Herzjagen, immer mehr abgeflacht. Die sind immer mehr zurückgegangen. Und das hat dann dazu geführt, dass die Patientin gesagt hat, Herr Dr. Wissenauer, würden Sie mich auch hausärztlich betreuen? Sehen Sie, und jetzt sind wir bei der hausärztlichen Betreuung. Und diese hausärztliche Betreuung, die ich dann übernommen habe bei der Patientin, erlaubt es mir, rückschauend zu sagen, so ist der Verlauf. Wenn Sie jetzt zu mir kommen, die Patientin ist 60 plus, in einem insgesamt guten Verfassung, körperlich wie seelisch, wenn Sie einmal im Quartal kommen, sagt Sie zu mir, Herr Dr. Wissenauer, die Kügelchen stehen noch auf meinem Nachttisch. Ich habe sie vielleicht in den letzten zwei, drei Monaten ein, zweimal bekommen. Jetzt werden Sie sagen, na ja, Herr Wissenauer, das ist ein Einzelfall. Nein, 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 nein. Da täuschen Sie sich. Das ist kein Einzelfall. Denn das homöopathische Arzneimittel Akunitum wird bei einer solchen Symptomatik, wie ich es Ihnen geschildert habe, weltweit von Therapeuten eingesetzt, die eben Kompetenz und Sachkenntnis in der Homöopathie haben. Akunitum können Sie sich merken, ein ganz, ganz hervorragendes Arzneimittel bei diesen akut auftretenden, plötzlich auftretenden Angstzuständen. Wir gehen mal weiter mit der Seele und den Behandlungsmöglichkeiten der Homöopathie. Ich habe eben im Vorgespräch mit Frau Dr. Schimpf darüber gesprochen, wie denn im Essen so dieses November, dieses Herbstwetter ist. Dieses Herbstwetter, das bei manchen Menschen, wie man so sagt, auf das Gemüt sichert, auf die Stimmungslagerung. Morgens ist es dunkel, na ja, abends ist es dunkel. Wenn man dann so morgens aufsteht, in den Spiegel schaut, nachdem der Wecker dreimal geklingelt hat, nein, nicht der Postmann, sondern der Wecker dreimal geklingelt hat oder der Radiowecker sich eingeschaltet hat. Wenn man dann in den Spiegel schaut im Badezimmer, dann schaut es einen gegenüber an und sagt, mit uns beiden wird es heute auch wieder nichts. Dann stellt sich ja die Frage, ah, erst mal Tässchen Kaffee, dann geht es schon wieder. Ah, das ist schon richtig, das Tässchen Kaffee. Kann man mal durch machen. Das sei jedem überlassen. Nur das Tässchen Kaffee. Wie aus, die zwei Tässchen Kaffee, das hat eine ganz kurzfristige Wirkung. Übrigens, eine Tasse Kaffee trinken hat nichts mit Homöopathie zu tun. Das ist Phytotherapie, wenn Sie das so wollen. Das ist sozusagen eine besondere Form der Anwendung einer Arzneipflanze. Aber ich will zurückkommen auf die Homöopathie, wenn Sie sagen, ja, das ist doch irgendwie keine Lösung. Und das Wetter, das kann ich nicht ändern. Aber was könnte ich für mich tun, um in Schwung zu kommen? Ach, da würde mir tausend Sachen einfallen, wenn ich Ihnen jetzt sage, morgens zum Beispiel an Kneipp denken. Sehen Sie das nächste Vorurteil? Nein, Kneipp ist nicht gleichbedeutend mit Kaltwasseranwendungen. Es ist völlig falsch, sind Sie auf dem Holzweg. Kneipp, Sebastian Kneipp, hat immer gesagt, kalt, nur auf warm. Also, der warme Korb, die warme Dusche. Und dann ganz kurz, es wird eiskalt sein. Sie brauchen deswegen jetzt nicht nach Ulm zu fahren, um in der Donau baden zu müssen. Nein, da reicht ganz kurz etwas kühleres Wasser. Und danach wird es Ihnen richtig warm. Und damit kommt sozusagen ein, ich sage es mal, ähnlich wie der Kaffee, habe ich vielleicht noch mehr erfrischender Effekt zustande. Ha, es geht einem besser. Wenn Sie jetzt sagen, Herr Wiesner, ist nichts für mich, außerdem spare ich Wasser, ist auch recht. Gut, dann hätte ich Ihnen eine andere Möglichkeit. Da gibt es ein interessantes homeopathisches Arzneimittel. Dieses homeopathische Arzneimittel, das hat einen ganz schwer aussprechbaren Namen. Und zwar heißt das Arzneimittel Haplopapus. Haplopapus. Und dieses Haplopapus, das ist deswegen so interessant, weil es ist eine südamerikanische Pflanze. Und dieses Haplopapus, was übrigens als D6 angesetzt wird, dreimal täglich fünf Kügelchen vor dem Essen in Munze gehen lassen oder dreimal täglich eine Tablette mitschen. Dieses Haplopapus ist deswegen so ein interessantes Arzneimittel der Homöopathie. Erstens mal, weil es zeigt, dass die Homöopathie eine innovative Arzneimitteltherapie darstellt. Und viele Arzneimittel, die wir heute in der Homöopathie einsetzen, waren zu Zeiten Hahnemanns noch nicht bekannt. Dieses Haplopapus haben wir einem sehr, sehr berühmten Arzt und Apotheker zu verdanken, nämlich Dr. Wilma Schwabe. Und Dr. Wilma Schwabe war in den 1950er, vor allem auch 1960er, 1970er Jahren weltweit unterwegs, um zum Beispiel nach bislang unbekannten Pflanzen zu suchen, die man arzneilich verwenden kann. Und in den südamerikanischen Anden ist er eben auf diese Arzneipflanze oder auf diese Pflanze gestoßen, die jetzt in der Homöopathie einen ganz, ganz großen Stellenwert hat. Haplopapus desix. Und wenn Sie sagen oder wissen wollen, wie heißt denn die Pflanze auf Deutsch, dann muss ich Ihnen sagen, die hat keine deutsche Pflanze. Diejenigen von Ihnen, die sich mit Botanik beschäftigen, es ist ein Korbblütlergewächs, dieses Haplopapus desix. Nun weiß man, dass der zu niedriger Blutdruck ebenfalls solche Beschwerden machen kann, wie man sie von dieser herbstlichen Witterung kennt. Diese herbstliche Witterung, wo manche, wenn sie es nicht kennen, sind sie froh, aber ich habe solche Patienten, die leiden unter einer Herbstdepression. Und dann stellt sich ja immer die Frage bei dieser Herbstdepression, durch was kommt das? Und nur diejenigen, die das nicht kennen, die können natürlich darüber schmunzeln, aber diejenigen, die das kennen, denen ist nicht zum Schmunzeln zumute. Es ist eine besondere Form der Wetterfühlichkeit, diese Herbstdepression. Und diese Herbstdepression, die oft natürlich mit dieser Niedergeschlagenheit einhergeht, mit dieser mangelnden Leistungsfähigkeit, dieses Nicht-in-Gang-Kommen. Oft sind es dann auch Symptome, wie so ein leichter Kopfdruck. Insgesamt, man fühlt sich nicht wohl. Und es ist auch eine Symptomatik bei dieser Herbstdepression, die vielfach auch Menschen kennen, die unter einem zu niederen Blutdruck leiden. Nun gibt es in der Homöopathie eine hochinteressante Untersuchung. Und zwar ist es schon einige Jahre her, da hat die Kamm und Veronika-Karsten-Stiftung ein Forschungsprojekt gefordert, und zwar mit der Fragestellung, was wird eigentlich chemisch eingesetzt bei einem zu niederen Blutdruck? Und kann man das, was chemisch eingesetzt wird, sozusagen vergleichen mit diesem homöopathischen Arztdarmittel Hablopacus? Das hat dann dazu geführt, dass man eine Studie durchgeführt hat, für diejenigen, die sich dafür interessieren, eine Doppelblindstudie über acht Wochen. Und in dieser Doppelblindstudie hat man das homöopathische Arztdarmittel verglichen mit dem Arztdarmittel, was man in der sogenannten Schulmedizin anwendet. Ich sage es Ihnen, wie der Stoff heißt. Der heißt Ethylephrin. Und das Ergebnis nach acht Wochen, das chemische Arztdarmittel Ethylephrin ist bei der Behandlung der Symptome eines zu niederen Blutdrucks nicht besser wirksam als das homöopathische Arztdarmittel Hablopacus. Aber es gibt doch einen Unterschied. Und zwar sind keine unerwünschten Wirkungen aufgetreten in der Gruppe derjenigen Patienten, die mit dem homöopathischen Arztdarmittel Hablopacus behandelt wurden. Und dieses Hablopacus ist kein Akutmittel, sondern es ist natürlich ein Arztdarmittel, was längere Zeit eingenommen werden kann. Und wenn der Patient sich besser fühlt, ich fühle mich besser, dann pausiert er mit dem homöopathischen Arztdarmittel oder schlicht und ergreifend ersetzt das homöopathische Arztdarmittel einfach ab. Ich sage nochmal dazu, die Homöopathie nach Stand heute geht man davon aus, dass sie die Selbstheilungskräfte reguliert. Und diejenigen, die sich mehr damit beschäftigen, denen gebe ich mal ein Stichwort. Und das Stichwort heißt der Psychoneuroimmunologie. Und da sind wir wieder bei dem Beispiel, was ich Ihnen eingangs gesagt habe mit dem Zeitungsartikel, in der Mensch in einem Gleichgewicht sich befindet, emotional und körperlich. Wenn er sozusagen gut drauf ist, dann ist er im Immunsystem auch stabil. Und deswegen ist ja auch der Hinweis von Hahnemann, ändere dein Leben, das, was ich Ihnen vorher schon mal gesagt habe, nämlich die lebensstilverändernden Maßnahmen. Und es ist immer so, diese lebensstilverändernden Maßnahmen, sage ich immer meinen Patienten, eine Behandlung steht immer auf zwei Beinen. Auf einem Bein lässt sich schlecht stehen. Ein Bein ist das, was der Patient aktiv dazu beitragen kann. Lebensstilverändernden Maßnahmen. Das kommt natürlich immer auf die Art der Erkrankung an. Und das andere ist die Arznei. Das kann die Homöopathie sein. Alleine, das kann die Homöopathie plus zum Beispiel das pflanzliche Arzneimittel sein. Oder das kann als drittes das homöopathische Arzneimittel und das chemische Arzneimittel sein. Das eine tun, ohne das andere zu lassen. Aber ganz entscheidend sind sozusagen, dass der Patient sozusagen sich auf zwei Beinen ganz sicher fühlt. und da kommen wir doch mal auf die Seele zu sprechen. Mir geht's nicht gut, sagt der Patient oder die Patientin. Es ist natürlich relativ einfach, ein Antidepressivum zu verordnen und nach zweieinhalb Minuten den Patienten hier aus dem Sprechzimmer wieder hinaus zu komplementieren. Das ist ganz einfach. Ich habe ein anderes Verständnis von Medizin und Pharmazin. Nein, ich brauche keine drei Stunden, um das homöopathische Arzneimittel auszuwählen. Sondern es geht darum, dem Patienten zu vermitteln, was sein Beitrag ist. Der andere Part, das ist meine ärztliche Aufgabe, die ich mit dem Patienten natürlich abstinne. Und so sage ich dem Patienten, entscheidend ist, die Bewegung und die Ernährung und die Bewegung in viel frischer Luft. Sie mögen jetzt über das Stichwort Waldbaden schmunzeln. Sie sollen ja auch was zum Schmunzeln haben. Klar, ich schmunzle auch gerne mal wen. Und dieses Waldbaden, der Aufenthalt in der Natur, das ist was ganz Wesentliches. Und dann sage ich nochmal was dazu. Es ist ganz interessant, dass diese dieser Aufenthalt in der Natur ja auch in unserer Pandemie einen ganz, ganz anderen Stellenwert erreicht hat. Viele Menschen, die gezwungenermaßen Homeoffice gepaart mit Homeschooling machen und überfordert sind, viele Menschen haben erkannt, wie wichtig das ist, die Natur. Und ich sage meinen Patienten, am Abend, ich brauche die tausendste Corona-Sondersendung gewiss nicht mehr im Fernsehen nicht anzuschauen. Das brauche ich nicht. Sondern nehmen Sie die Zeit, gehen Sie mit Partnerin oder Partner, die nach Lebensalter, nehmen Sie Ihr Kind mit oder Ihre Kinder, machen Sie nochmal eine Runde um den Häuserblock. Das gehört auch zur Segelbe dazu. Und dann natürlich am Wochenende in der Natur zu sein. Und dieses Bewegung und Ernährung, das hängt natürlich ganz eng miteinander zusammen. Ich finde es immer wieder interessant, dass viele Aspekte der Homöopathie der Naturheilverfahren lange Zeit belächelt werden. Gut, dann hat man ja auch was zum Lächeln. Und wenn Sie Ihren Gegenüber anlächeln, dann lächelt er wahrscheinlich zurück. Im einfachsten Falle er krimassiert, aber er gibt Ihnen ein Zeichen. Und dieses viele Dinge belächeln führt mich wieder zurück auf ganz aktuelle Forschungsarbeiten. Und wenn ich als praktizierender Facharzt noch vor drei oder fünf Jahren was zur Darmflora gesagt habe, dann war mir dieses Lächeln meiner ärztlichen Kolleginnen und Kollegen sicher. Und heute? Ah, heute spricht man anstelle von Darmflora vom Mikrobiom. Und wenn das Wort Mikrobiom fällt, dann wird in der Medizin das wissenschaftliche Gesicht aufgesetzt und heißt es ja, das Mikrobiom. Das hat eine ganz große Bedeutung. Nein, nicht nur für den Darm, für die Darmtätigkeit. Da gibt es das Darmverbundene Immunsystem. Und inzwischen weiß man, das hat nicht doch was mit dem Immunsystem zu tun, was die Selbstheilungskräfte und die Abwehrfunktion betrifft, sondern das hat auch was mit unserer Psyche zu tun. Und wenn Sie mal so ein bisschen recherchieren im Internet, wo viel Schrott zu finden ist, aber manche scheinen da ihr Vergnügen zu finden, den Schrott zu verbreiten. Aber wenn Sie mal was Ernsthaftes lesen wollen, dann belesen Sie sich mal über Darm, Mikrobiom und Psyche und jetzt kommt wieder die Homöopathie und spielt nicht nur mit dem Thema Ernährung und Bewegung, sondern mit einem faszinierenden Arzneimittel mit Oko und Baka. Auch das Arzneimittel wurde nicht von Hahnemann in die Therapie eingeführt, sondern von Dr. Wilmar Schwabe 1960er Jahre. Und dieses Oko und Baka, ein schwer aussprechbarer Name, das ist ganz klar, weil es ist die Übersetzung keiner Pflanze, eines Baumes aus Schwarzafrika. Der wächst in Zentralafrika, dieser Baum, aus der Baumrinde wird das homöopathische Arzneimittel hergestellt. Ah, übrigens wissen Sie eigentlich, dass das homöopathische Arzneimittel nach dem homöopathischen Arzneibuch hergestellt wird. Übrigens, das Arzneibuch ist Teil des deutschen Arzneibuches und das deutsche Arzneibuch ist Teil des europäischen Arzneibuches. Also, da wird nicht irgendwas im Kämmerlein zusammengemischt, wenn ich sagen, verdünnt, das sind aber die Ewiggestrigen, sondern das wird schrittweise verarbeitet nach diesem Arzneibuch und dieses Arzneibuch, das ist etwas, was eine arzneimittelrechtliche Bedeutung hat. Diese arzneimittelrechtliche Bedeutung sagt aus, nach dem Arzneibuch wird hergestellt und das sichert die Wirksamkeit, die Qualität und die Unbedinglichkeit des homöopathischen Arzneimittels. Deswegen gibt es die Arzneimittel der Homöopathie auch nur in der Apotheke und es gibt sogar homöopathische Arzneimittel, die sind verschreibungspflichtig, die kann nur ein Arzt verschreiben und das wollte ich Ihnen an der Stelle einfach mal gesagt haben, dieses Okubaka, was hergestellt wird aus dem schwarzafrikanischen Rindenbaum, das ist genau das Arzneimittel, welches auf das Mikrobiom wirkt, auf das darmverbundene Immunsystem, Immunisist, eine Patientin, kann auch ein Patient sein, der hier im Sprechzimmer sitzt, der war beim Internisten, der war beim Magen-Dau-Spezialisten, beim Gastroenterologen, dieser Patient, bei dem wurde eine Magenspiegelung durchgeführt, eine Darmspiegelung durchgeführt, ohne Befund, ohne krankhaften Befund, aber der Gesichtsausdruck dieses Patienten ist alles andere als fröhlich. Der Patient, der bringt seine Beschwerden auf einen Punkt und der Punkt lautet, ich vertrage nichts mehr. Ich vertrage nichts mehr. Jetzt können Sie das natürlich wortwörtlich nehmen, ich vertrage nichts mehr, Nahrungsmittel, die mir nicht bekommen. Ich vertrage nichts mehr, können Sie aber auch im übertragenen Sinne verstehen. Nein, sagt der Patient, die Patientin, wissen Sie, ich ziehe mich immer mehr zurück, unabhängig jetzt von Covid, ich bin inzwischen auch schon dreimal geimpft, aber trotzdem, ich ziehe mich vom gesellschaftlichen, vom sozialen Leben immer mehr zurück, weil ich einfach nichts mehr vertrage. Das war schon vor Covid. Was machen Sie mit einem solchen Patient, mit einem solchen Patientin? Ich darf das nicht essen, ich darf das nicht essen. Ich war bei der Ernährungsberatung. Auch das dürfen Sie nicht essen, das dürfen Sie nicht essen. Ah ja. Jetzt kommt so ein Patientin Patientin zu mir, ich frage noch ein paar mehr Dinge, das ist ganz klar, jetzt in der Kürze der Zeit. Und Sie wollen natürlich wissen, welches homöopathische Arzneimittel, das habe ich Ihnen schon gesagt, ich in einer solchen Situation nicht immer, aber jetzt beispielhaft einem solchen Patienten oder Patientin verordnet, es ist Oko Ubaka. Wenn ich dann gefragt werde, wie lange soll ich das einnehmen, dann sage ich, das werden Sie spüren. Und wenn es nicht hilft, dann kommen Sie wieder zu mir. Dann kommt etwas, was einfach faszinierend ist. Das ist eben meine Begeisterung der ärztlichen Tätigkeit. Dass der Patient, ich sage jetzt mal, nach zwei Monaten wiederkommt, der nimmt dieses Oko Ubaka D3, dreimal täglich fünf Küchen, drei Wochen, eine Woche Pause, nochmal drei Wochen, eine Woche Pause, dann hat er so ein bisschen vergessen, nochmal drei Wochen, dann kommt er nach einer gewissen Zeit wieder, sitzt sie hier in mein Sprechzimmer und ich frage ihn, wie geht es sagt der Patient irgendwas hat sich bei mir getan, was denn, erziehen sie einfach mal, die Verdauung ist irgendwie besser geworden, ich muss nicht mehr so viel aufstoßen, ich habe auch schon mal versucht, das eine oder andere, was ich bisher nicht mehr gegessen habe, wieder gegessen, erstaunlich, ich vertrage das sogar wieder. und jetzt kommt etwas, was manche dann natürlich erstaunt, natürlich auch den Patienten, nämlich, ich sage zu den Patienten, haben sie mal in der Zwischenzeit sich ihre Zunge angeschaut? Sagt er ja? Und sage ich und? Naja, sagt Patient oder Patientin, ich hatte früher, also bevor ich zu ihnen kam und dieses Arzneimittel eingenommen habe, ich habe früher immer so eine belegte Zunge gehabt und da habe ich mir, sagt die Patientin, der Patient mal einen Zungenschaber gekauft und immer morgens habe ich die Zunge abgeschabt und jetzt kommt es, seitdem ich dieses Okubaka einnehme ist der Zungenbelag der gelblich schmerzlich war immer weniger geworden jetzt muss ich gar nicht meine Zunge abschaben und das was der Patient sagt kontrolliere ich natürlich und wenn Sie jetzt sagen wie hängt das denn damit zusammen dann mache ich das mal ganz galant beschäftigen Sie sich mal etwas mit der ayurvedischen Medizin oder beschäftigen Sie sich mal ernsthaft mit der traditionellen chinesischen Medizin Beide Medizinsysteme haben sehr sehr viele Parallelen mit der Homöopathie Wenn ich jetzt mit einer Kollegin oder Kollege spreche die sich auskennen in der chinesischen Medizin oder in der ayurvedischen Medizin die werden mir sagen mir erzählen sie nichts Neues Achso in der chinesischen Medizin weiß man schon seit roundabout 2000 Jahren dass die Zunge ein Indikator sein kann ob muss sein mal hingestellt ein Indikator ein sozusagen was anzeigt was zu tun hat mit dem gesamten Verdauungssystem und ist klar wie der Patient berichtet ich fühle mich besser diese Beschwerden im Verdauungsbereich sind deutlich weniger ich vertrage wieder mehr und übertragen Sinne ist klar dass die Zunge Belag zurück geht und sehen sie und das ist Patienten Versorgung live und wie der Patient der zu mir kommt das mal erlebt hat dann kommt die Frage Herr Dr. Wiesenauer dürfte mal meine Frau oder mein Mann das ist jetzt altdeutsch neudeutsch meine Partnerin oder mein Partner auch mal zu ihnen kommen das sei immer dazu gerne aber nur wenn Partner oder Partnerin freiwillig kommen ich brauche keinen Patienten der vom Partner oder Partnerin hier reingeschoben wird und dann wird es natürlich spannend wenn man hausärztlich tätig ist übrigens für diejenigen die es von ihm interessiert ich betreue inzwischen die vierte Generation und das ist spannend die Großeltern die Eltern die Enkelkinder die Urenkel sieht man mir nicht an ich weiß vielen Dank für das Kompliment reicht schon also ich behandle die vierte Generation wenn sie vier Generationen behandeln dann wissen sie von was sie sprechen und ganz oft ist es ja so das passt jetzt heute nicht so ganz zum Thema wer kommt als erstes die Mama wegen ihrer Kinder Homöopathie und Kinder das ist das spannendste Thema aus meiner Sicht ich habe ganz viele Kinder in der Praxis ich war auch in meiner Weiterbildung zum Facharzt natürlich sehr viel in Kinderkliniken auch ärztlich tätig wer kommt als zweites die Mama als Mutter weil die Frauen Ärztin mal festgestellt hat der kommt ganz zum Schluss immer der Partner mein Mann würde auch mal gern kommen wie gesagt wenn er freiwillig kommt umso besser und jetzt gibt es noch ein weiteres Arzneimittel vielleicht für die Mama oder den Papa und sie wissen schon auf was ich abhebe auf das Homeoffice und das Homeschooling und all diese Konstellationen die wir momentan haben ich nehme mal das Mittel nein das ist keine Pflanze das Mittel heißt Acidum Phosphoricum Acidum Phosphoricum D12 zweimal täglich fünf Kügelchen dieses Acidum Phosphoricum D12 zweimal fünf Kügelchen es wird in der Homöopathie eingesetzt wenn durch Lebenssituationen der Akku leer ist dieser leere Akku Sie wissen schon was ich meine das Innere ob sie jetzt dazu ausgebrannt sagen oder auslängig Burnout das überlasse ich Ihnen aber dieses es ist einfach zu viel ja für viele Menschen ist es auch zu viel momentan da gibt es auch gar nichts schön zu reden und dann finde ich dass ich als praktizierender Arzt eine Antwort geben muss muss in dem Fall für diese Familie für diese Frau für diesen Mann natürlich ist es eine Möglichkeit zur Unterstützung um wieder zu Kräften zu kommen Acidum Phosphoricum D12 dann sagt der Patient irgendwie bei mir kommen sozusagen die Lebensgeister die Energie kommt wieder zurück ich fühle mich kräftiger ich fühle mich stärker klar wenn sie stärker sind noch den anderen Aspekt mit berücksichtigen nämlich ein paar Modifikationen trotz Homeoffice eben nicht Fast Food machen sondern vielleicht die gemeinsame Mittagspause nutzen kann man wunderbar miteinander kurzfristig ein Mittagessen zaubern das ist möglich dann baut sich das nach und nach auf mein Blick geht natürlich auf die Uhr Zeit vergeht immer viel zu schnell können die noch viel viel mehr erzählen ich habe ihr mal vorgenommen zum Schluss meiner Ausführungen und das letzte Wort hat sowieso Frau Doktor Schimpf zum Schluss meiner Ausführungen einfach mal etwas zu zitieren das ist eine wunderschöne Karte vielleicht erkennen sie die wunderschönen Vogel herzliche Grüße steht außen drauf eine Patientin nur diese Patientin die wie oft so im Leben irgendwann bei mir ich sage jetzt mal erschienen ist in meiner Praxis mit einem Lebensweg den die Patientin sich ja auch nicht ausgesucht hat und ich lese Ihnen mal das Endergebnis vor die Patientin schreibt lieber Herr Doktor Wiesernauer möchte Ihnen nur kurz mitteilen dass es mir sehr viel besser geht nachdem ich Natrium Chloratum seit vier Wochen eingenommen habe danke für Ihre Hilfe die mir das Leben erreicht hat und ich dadurch wieder Mut und Kraft gefunden habe Möge der liebe Gott es Ihnen vergelten herzlichen Gruß Sie sagen ein Einzelfall nein ist kein Einzelfall Natrium Chloratum es ruft es ruft manchen immer so ein Lächeln hervor ein müdes Lächeln Natrium Chloratum ja das ist das Kochsalz nein nicht das Kochsalz in Ihrer Suppe oder auf Ihrem Frühstückseis sondern Natrium Chloratum ist ein homöopathisches Arzneimittel was eingesetzt wird und zwar immer bei Menschen die Schicksalsschläge hinter sich haben erleben mussten und die Seele auch die Seele muss heilen wenn Sie sich mal ein bisschen mit Psychologie beschäftigen da gibt es einen Begriff der heißt Trauer Arbeit die Seele muss trauern können dürfen und so wie es körperliche Wunden gibt so gibt es auch seelische Wunden um diesen Heilungsprozess zu unterstützen auch das ist Natrium Chloratum kein Sofortmittel wie so viel im Leben manches dauert seine Zeit und mit diesem Beispiel aus meiner Praxis möchte ich Ihnen für Ihre Teilnahme danken wünsche Ihnen ganz persönlich alles alles Gute und jetzt kommt natürlich der Spruch der da lautet nein der Heid hat recht das habe ich ja schon gesagt aber unser Pandemiespruch folgt bleiben Sie gesund vielen Dank lieber Herr Dr. Wiesenauer ich danke Ihnen ganz ganz herzlich für Ihren wunderschönen tollen Vortrag sehr inspirierend und ich denke er wird vielen Zuhörern einige Hilfestellung gegeben haben wir haben ganz aktuell eine Frage bekommen von Frau Anna Cornelius und zwar fragt sie welche Möglichkeiten es homöopathisch gibt wenn Kinder das Haus verlassen wenn Kinder Pflügge werden ich kenne selber diese habe selber diese Erfahrung gemacht dass meine zwei Töchter das Haus verlassen haben und ich weiß dass das für Mütter und Väter nicht unbedingt sehr einfach ist haben Sie dafür einen Tipp ja natürlich habe ich da einen Tipp das Gespräch über diese Trennung das ist was ganz wichtiges hat übrigens schon immer auch Kneipp gesagt erst das Wort das ist was ganz wichtiges naja Sie wollen natürlich jetzt ein homöopathisches Arzneimittel wissen ja da gibt es ein ganz interessantes Arzneimittel das Arzneimittel heißt Pulsatilla die Wiesenküchenschelle Pulsatilla D12 zweimal täglich fünf Küllchen und da muss ich bei solchen Antworten immer etwas mich zurücknehmen weil sonst fahren wir ganz ganz viel Erlebnisse ein zu Pulsatilla nicht nur jetzt mit dieser Trennung Flüge werden das Haus verlassen Pulsatilla ist natürlich schon ein ganz wichtiges Arzneimittel bei dem Stichwort Heimweh Robuste Robuste Naturen halten das vielleicht aus etwas sensiblere Naturen für die ist es schon ein Weg des Schmerzes so ist es auch und gerade auch Pulsatilla ist ja so ein Arzneimittel was insbesondere auch für sensible Menschen immer als besonders geeignet bezeichnet wird und so ist es auch Herzlichen Dank Herr Wiesenauer ich würde mich freuen wenn wir Sie nochmal zu einem Vortrag einladen dürfen weil ich bin sicher dass das von unseren Zuhörern auch sehr schön gefunden wurde ich möchte mich bei allen Zuhörern bedanken und würde mich sehr freuen wenn sich der eine oder andere dazu entscheiden würde Mitglied zu werden bei Natur und Medizin weitere Informationen zu dem heutigen Online Vortrag finden Sie im Chat oder in der Videobeschreibung falls Sie noch nicht unseren YouTube Kanal abonniert haben dann würden wir uns auch sehr freuen wenn Sie das machen würden dann werden Sie immer auf den Laufenden sein und ich kann versichern dass wir im nächsten Jahr weitere Vorträge per online hier für Sie freischalten würden ich hoffe wir sehen uns bald wieder bis dahin ganz herzliche Grüße einen wunderschönen Abend und ein herrliches Wochenende Abend